hallo hier meine lieben willkommen zu der zweiten angespielt folge zu vorbehrers dankeschön fürs einschalten da erinnert ihr euch hier dran so sah es ja das letzte mal aus und wir haben ja ein paar da ist die munke laut der umgestellt ton ja und zwar ist es ja so dass wir ein paar leute verloren haben aber jetzt geht es einem wieder gut und das bekommen von leuten ist eher ein ein herumlaufen frei also auf decken so diese truhen hier unten hier zum beispiel da geht sie jetzt mal hin noch immer sie losgehen mal gucken da soja und ich wollte halt auch mal neben den ganzen let's plays halt noch mal ein anderes spiel mal ein bisschen anzeigen an anspielen paar folgen zumindest ein bisschen abwechslung jetzt auch für mich gerade mal ist ja nicht so dass ich jetzt viel zeit gerade habe deswegen mache ich das mal also bitte nicht wundern oh hier ist ein tier jede stadt oder außenstelle verfügt bei einige gemeinsamen speicher der speicherbetrag kann durch den bau von speicherbahns erweitert werden ach cool das raucht hier sogar also grafisch finde ich das spiel sehr angenehm ich würde gerne mehr bewohner finden und entdecken wir hier einfach nur auf was wir hier so für eine für eine welt haben das würde ich gerne erwähnen wie ein rts steuern können dass ich dem das so sagen kann wo er hingehen soll oh oh das ist rot erstmal zurück gehen bitte das ist rot das ist eine feindliche siedlung oder was das müssen wir auf jeden fall gleich mal erforschen ist das gut dass das hier unten ist oder ist es ist es nicht gut ich weiß nicht eigentlich Dekorationsqualität ist nicht so gut Deko da Deko da wird ein bisschen besser gucken was passiert wenn jetzt das Lagerfeuer entsteht dass der Dekorationswert hoch geht ich würde mich ja auch sehr freuen wenn wir wenn wir neue Bürger nicht nur finden müssen oh will grad nicht ist ein bisschen platt anscheinend sondern die auch so entstehen und uns besuchen kommen und so dazu kommen das finde ich eigentlich sehr schön wir werden mal schauen was passiert im Moment erholt sich der hier auch nochmal ein bisschen Heilerhütte Heilerhütte wäre auch nicht schlecht Handelsposten kleiner Schrein Scheune Speicherscheune Ich möchte nochmal ein bisschen die Musik leiser machen So Derzeit gesperrt Komisch Oh Seltsam Warum das grad nicht geht Mal gucken Egal wir bauen jetzt den Speicher der entsteht schon mal das ist gut Haben wir irgendwie eine Chance Ja wir haben gute Nahrung Es sieht eigentlich alles gut aus Ich würde gern mehr Bietet Baufläche Mehr Baufläche Vielleicht brauchen wir echt noch mehr Deko So Einen Topf bauen können wir nicht bauen Weil wir noch kein Lehm haben So wie es aussieht Einen Schubkarren könnten wir setzen Oh Eine schicke Laterne Das finde ich gut Und die ist jetzt gleich fertig Und da könnten Transporteure rein Hier ist ja nur einer Aber trotzdem Der Zuwachs an Wieso geht das jetzt grad nicht Wieso bist du geblockt Produktionsgrenzenerrungenschaften Produktionsgrenzenerrungenschaften Oh hier ist Lehm drüben Mit einer Brücke können wir da rüber Wir müssen ja eh eine Brücke machen Liegt das daran dass wir nicht genug Holz haben oder Achso ich denke ich weiß woran es liegt Also woran es hapert Hier geht es zumindest Weil wir hier bauen könnten Da hinten ist eine Schatztruhe Warum nicht Das Dorf Mal gucken was hier alles so steht Sicherheit ist im Grün Das Dorfglück wird durch die Erfüllung allgemeiner Bedürfnisse Spiritueller Anforderungen und Bier erhöht Wer denkt das Wird reduziert durch und ok Ja ich würde ja gerne Mehr erforschen Aber irgendwie kann ich Meinen Soldaten grad nicht Los schicken Und ich weiß nicht warum Hm Spitznamen können wir vergeben Ich habe keine Ahnung warum Der grad nicht äh Erforschen will Seltsam Wir haben einen Jäger Eine Windmühle Koch Weide Fischerhütte Bauernhof Haben wir irgendwas Was uns Feind entdeckt Wo Ach herrje Ja Jetzt haben wir schon einen verloren Na super Ach wie ärgerlich Ok jetzt haben wir noch einen Menschen weniger Wie machen wir denn das Dass wir Mehr Dorfbewohner kriegen Das ist ganz Kurios Kannst ein bisschen schneller laufen lassen Ja eigentlich brauchen wir echt mehr Darfbewohner und ich weiß grad nicht genau wie Steinhaus, Haus, Zelt Nützlichkeiten Da da war es auch nicht drauf Kann es wirklich sein Dass wir wirklich nur Durch erkunden Weil wir haben ja sehr viel Steine ne So jetzt könnten wir hier zum Beispiel erkunden Schicken wir den doch mal Hier ist auch rot also da schicke ich ihn nicht hin Schicken wir ihn doch mal hier unten hin Hier kommt er Und voll in die Wolfshöhle gerannt Oh nein Lauf 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 weg Puh Hm Eigentlich bräuchten wir so einen Heiler Verwendet Verwendet Kräuter Verwendet Kräuter Ich guck grad auf Plus und Minus Wer sammelt denn Kräuter Oder Oder gibt es da auch Ähm Ich denke Da gibt es auch etwas was Kräuter sammeln ermöglichen soll Jetzt ist schon wieder ein Schloss drauf und ich weiß nicht warum Vielleicht ist es auch ein kleiner Alpha Bug Keine Ahnung Absolut kein Plan Aber ich würde ja unglaublich gerne mehr Dorfbewohner kriegen Ah Glockenturm Increase the chance of visitors coming to town Ganz wichtig Ah das könnte Unsere Frage beantworten Es wäre auf jeden Fall schön Wenn dadurch Leute kommen Also wir haben den gebaut Das ist alles da Und dann noch ein heiliger Schrein Für religiöse So jetzt kommt der Glockenturm Oh sehr gut Dadurch können wir eventuell Ich lass mal so schnell kurz laufen Dadurch können wir eventuell neue Dorfbewohner finden oder bekommen Oh und der Außenposten für Holz ist ist verschwunden Ist da eine Schatzruhe drin? Im Stein Mal kurz gucken Haben wir noch irgendwelche Ressourcen Außenposten? Also Holz hätten wir hier Den bauen wir natürlich So jetzt ist der Glockenturm da Wieso sind wir hier nur noch zu acht? Der Stein Außenposten ist jetzt auch verschwunden So und der Schrein ist auch fertig Klasse Dadurch erfüllt sich jetzt wieder diese Glückseligkeit Nützliches Was? Was können wir noch machen? Wir könnten Handelsposten später bauen Stallung Ah und wenn wir hier einen Stall haben und da unten irgendwie einen weiteren Außenposten haben wir können mehrere Städte bauen Das ist ja auch interessant Okay Ja man muss dieses Spiel glaube ich erstmal verstehen Ist gar nicht mal so schlecht Ist gar nicht mal so schlecht Aber ich setze gerne jetzt Dekos weil ich glaube je angenehmer die Stadt ist hier was Dekoration angeht desto eher kommen hier auch Leute her weil Nahrung sieht top aus zur Zeit Mal gucken dass das hier unten jetzt dass hier unten Holz gesammelt wird Ja und jetzt schauen wir mal dass da wirklich auch mal Leute jetzt in unsere Stadt kommen dass das klappt Jürgen könnten wir auch anbauen Korn könnten wir hier anbauen Das hier Aber man sieht Nahrung noch sehr gut aus Oh was ist denn hier? Oh! Ein feindliches Lager Ja gut Hier steht jetzt Bestattungsmöglichkeiten Ja da brauche ich dafür irgendwie Was ist denn das für eine Ressource? Ist das Lehm? Und das wäre ja erst hier drüben Da müssten wir eventuell mal Da müssten wir eventuell mal Wir müssten hier drüber eine Brücke bauen Und das geht nur mit einem Außenposten Der Da Das würde Ja hier könnten wir setzen Ja hier könnten wir setzen Da könnten wir rüber bauen dann Na gut Dann bauen wir jetzt hier eine Brücke Dann könnten wir hier hinten nämlich Lehm abbauen Und dann könnten wir ein Grab bauen Und ich hoffe dass wir halt Kann ich noch mehr von diesen Glockentürmen bauen? Ja Auch echt kurios dass man vielleicht noch mehr braucht Seems like a safe place to settle down Akzeptieren Drei Leute dazu Jetzt haben wir es auch verstanden Also durch diese Glockentürme kriegen wir Leute hinzu Sehr gut Und dann auch Bauarbeiter automatisch Klasse Dann können wir ja hier auf sagen wir mal einen Was ist das denn? Bogenschützen Und dann machen wir es mal so Du gehst dahin Und befreist das mal von Fuck of War Oh Oh Lauf Das klappt doch auch nicht Erholt euch doch bitte erstmal Dann lösche ich hier diesen Befehl wieder Zack Sind die beide geblockt? Liegt es? Lag es an diesem Befehl? Ich glaube das ist ein bisschen buggy Ich glaube das ist ein bisschen buggy Mal gucken Oh ich fände hier so ein Vogelbart an dem Ding recht gut Was ist das? Ey das kann doch nicht sein Jetzt wo wir das Spiel gerade geschneit haben Sind wir wieder auf 9 runtergefallen? Super 100 Punkte für uns Okay Ähm Sei es drum Wir haben mal wieder reingeguckt Sagt mir Bescheid ob ihr gerne mehr sehen möchtet Wir haben es jetzt verstanden Ich hätte glaube ich viel früher diese Glockentürme bauen sollen Und mal gucken wann wieder uns Leute fragen wann sie hier siedeln wollen Vielleicht sehen wir uns ja bei dem Spiel irgendwie dann die nächsten Wochen auch wieder Okay macht's gut und tschüss Heute ist das dass wir daάacity haben smelled schön ganze Zeit Dr. Neu